36, 36 für die Straßenmeisterei Pinzgau. Start um 121. Ja, wir nähern uns jetzt den letzten fünf Läufern. Die trägt Christian von dem Hund-Strauteam RR. Also wie gesagt, noch fünf Läufer, die kommen werden. Und ich darf Ihnen nochmal sagen, liebe Sportsfreunde und Sportfreundinnen, heute Abend um 19 Uhr die Preisverteilung für die Betriebe- und Vereinemeisterschaft 2016 beim Glockenhof in Bruck. 19 Uhr Siegerehrung Glockenhof in Bruck. Ries Christian, der den Kürz...